So meine lieben Freunde, Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde von Hunt Showdown. Leute, wir haben wieder eine richtig geile Runde für euch, richtig spannend. Man konnte es ja in der Vorschau schon wieder sehen, zwei Headshots hintereinander, boom, pang, direkt weggeballert, man. Richtig nice, so war es auf jeden Fall. Ja, zieht es euch rein, Leute. Richtig cool auf jeden Fall, richtig geile Runde. Intensiv und ja, so wie es halt sein soll. Grüße gehen raus an meine Mitspieler und natürlich an meine Community und alle Zuschauer, die jetzt gerade zuschauen. Oh ja, Stacheltyp. Kann ja einer machen, hat eine Schlange mit? Ich habe Schlange, glaube ich, mit. Na ja, ist ein Stachelnüter drin. Ich muss schon. Beste Schornstein, EU, Digga. Wenn du in den Schornstein runterguckst, ist es ein paar Meter weiter, geht das Dach weiter. Also quasi unnötiger Schornstein. Die Zeit spiel ich wieder Mordor Schatten, Digga. Du? Mh. Nimm einen Ball. Ich hab wieder Bock drauf. Ich mach mal lieber Tsushima-Egel. Ja. Müsste ich auch mal weiter spielen wieder. Ist kein Bock mehr drauf, oder was? Ne, Moment weiß ich nicht. Als ich Sikiro hab ich auch noch nicht gekommen wäre durch. Na doch, Sikiro hab ich durch. Sikiro ist ja schon angefangen. Doch, ne hab ich durch. Dann bin ich ja schon in New Game Plus 1. Weiß ich nicht. Und dann hab ich Hand gespielt und seitdem bin ich an der Hand hingeblieben. Und so viele Spiele im Moment. Pass auf, da oben sind Rahmen. Hier kommt man hoch von mir. Das geht glaube ich ja ein bisschen links, glaube ich eher. Weil hier oben ist ja nix. Und dann pass auf. Ja genau, ich bin hier im Wasser. Meilenweit, guck mal wo ich bin. Ich geb mir Mühe. Meilenweit im Wasser. Nur weil ich nicht schwarz bin, so wie ich einen Scheiß an den Händen habe. Na und, wenn's geil ist. Ja. Die mit dem Schlagring aufm Kopfhaus und direkt der Kopf zerplatzt, ey. Ja. Da ist ein Brenn hier. Ich kann den Hinweis machen. Mit dem Raben. Kann den Brennen auch machen. Ich bin längst gar nicht mehr bei den Raben, man. Ja, sag mal, ne. Du brauchst schon. Ich geb mir Mühe. Ich mach den Hinweis von hier, aber guck mal bitte, dass keiner mich fickt hier. Mal rechts irgendwie bei mir gucken. Ach du bist der da. So. Ja, stand da voll Schatz. So. Wunde. Jauln hier. Ja, die haben nur so gejault. Denk ich mal. Ja, hier. Die Stelle mal lieber auch gut hier. Mit dem Loch hier. Ja. Digga. Da hinten leuchtet's die ganze Zeit. Siehst du das? Dann ist es wieder nur bei mir. Nee. Da hinten ist die ganze Zeit so flackern. Ja. Vielleicht ist ja da ne Leuchtung. Fackel. Nee. Schon der andere mit dem Scope auf mich. Ja. Ich war aber gerade bei mir auch so. Oh, ist glaub ich. Ja, bei mir auch. Was hat's ihm gesagt? Das ist ein Bug. Ich hab doch gar nix gemacht. Ich hab doch gar nix gemacht. Nee, dann war der Schatz. Ja, aber beide dieselben Skins schon wieder, man. Ich kann schon wieder nicht auseinanderhalten. Ich bin ja mit nem großen Penis. Ich ne Frau bin. Ich ne Frau bin. Ich bin ja mit nem großem Penis. Das ist ein Zombie. Ich hab grad gesagt, aber nen Spieler. Ist noch nicht hier. Ich denk mal, dass wir jetzt bald mal irgendwie mal auch Spieler treffen. Muss man jetzt langsam mal aufpassen. Könnte der denn noch sein? Ich denk mal, der war noch mal bei der. Oh Mann, Staffel. Geh mal weg, hier ist ein Fass. Ich muss weggehen. Ich muss weggehen. Einfach folg dich, Schatz. Hier werden Fackeln drum. Wie ist sie? Hier ist Heilung von deinem Heilungsbruch. Aber ist weg. Ah, ne. Krematorium. RIP. Ist auch rechts in den Enden von mir drin. Ist auch rechts in den Enden von mir drin. Da sind Enten. Und ich auch, vor allem bei Nebel, Mann. Ich sag mal, was explodiert. Ja, ich. Du bist explodiert. Ich hab den Staffeltypen gemacht. Du bist explodiert. Wie so'n Brenner, so'n Perk. Wenn ich jemanden anschiesse, explodierst du. Oh, lass ich reden. Gerade im erster gespawnt. Ach, hier wieder. Ich hab mir noch nix hier gehört, ne? Ich geh mal auf den Auslass hier aus, dann haben wir jetzt schon wieder welche rumgemogen. Gammeln und warten. Du musst mal aufpassen jetzt. Und das langsam ranpirschen. Dann haben wir hier ein Ding verkriechen. Schalt, so. Erstmal die Lage sondieren hier. Bisschen gucken. Ich hab bestimmt gleich nen Headshot, ey. Toll, Panne. Toll. So'n Windspiel-Scheiß rum. Da hinten ist einer, glaub ich. So'n Spieler was hat nen Zombie. Ich seh's nicht. Da unten am Wasser ist ein Zombie. Ist ein Stachliger. Da ist ein Zombie hier bei mir, oder? Guck mal dahinten, wo ich markiert hab. Ich... Seh ich nicht. Ich... Seh ich nicht. Ich... Bei mir im Geduscht. Oh, das ist so lächerlich so zu spielen. Ja, wo bist'n du, ey? Ja, ich bin außen rum gelaufen, weil wegen den Raben. Dann haben wir uns so weit auseinander getrieben. Dann spielen sie alle jetzt im... Och, Mann, ey. Spielen im Busch mit ner Handfeuerwaffeln Headshot. Oh. Ich bin aus 22 Metern. Ich bin aus 22 Metern. Schon mehr so lächerlich so zu spielen. Ja, du willst jetzt schon mehr machen. Na ja, macht... Macht wir meinen. Wenn ich tot bin, bin ich tot. Aber wie gesagt, ich seh's ja unten. Ihr seid noch 96 Meter von mir entfernt. Ach, da hinten hat's... 80... Ja, der Typ aber... Der Typ scheint nicht gut zu sein. Der 1600... Bis er mal gestorben und 1300 Kills hatte. Das ist jetzt... Ich war... Ich bin unter dem... Unter dem Leuchtturm da, sag ich mal. Unter dem Hochsitz. Und da von mir ein Gerüsch... Ja, das klingt jetzt einfach noch ein bisschen chillen, weil... Ja, ich brenne noch nicht. Alles gut. Schau mal kurz, ob einer von euch ne Stickungsbombe mit hätte. Nein. Äh, ne. Habt ihr nicht. Ich seh gar nichts. Schön. Schön Headshot. Komm, mate. Hol doch deinen Bruder. Ich durfte mich... Der mich noch nicht sehen, oder? Ohne Scheiß. Eigentlich nicht. Eigentlich. Ich weiß, ob die... Dass ich gleich einen Headshot krieg. Was die für einen auflösenden PC haben und... Bildschirm. Schön. Oh, Digga, Alter. Ist das fies. Das war, glaub ich, die Idee, die mich getötet hat. Das war eine weibliche Stimme. Mich hat auch einen weiblichen Charakter getötet. Oh, den hab ich aber jetzt echt schwer gesehen, ey. Jetzt muss ich... Ja, ich hab's gesehen. Ich war mir jetzt auch nicht sicher. Ich wollte dich auch nicht verunsichern. Ich wollte dich echt nicht verunsichern. Harald, ich hol dich! Jetzt ist bloß die Frage, wo ist der... Leben noch welche? Wenn, dann wär bloß nur eine. Wo bist denn du? Schatz ist links da. Okay. Ich weiß auch nicht, Mann. Ich würd noch kurz warten. Und gucken, ob sich da irgendwas... Macht, wie er meint. Macht, wie er meint. Achte auf die Typen da. Liegen denn die jetzt da? Digga, seh ich die jetzt nicht mehr? Rechts neben dem Baum, ja. Und sie? Ah, die liegt da drauf, ja. Ich versuch's jetzt. Immer in Bewegung bleiben wir am besten. Und ein bisschen in die Büsche gucken. Ist okay. Schau mal bei dem ein bisschen mit, Panna. Da oben, weiß ich ja nicht, ob das da oben einer ist. Ist aber, glaub ich, bloß ein bisschen... Ich saß vor mir da oben in nem Busch, saß sie dran. Ich hab sie zu spät gesehen. Du mal hier, oder hol du ihn, hol du ihn zurück. Ja, ich hol ihn. Schau mal, ob weiß ist. Lauf ein bisschen weiter rechts, Panna. Ja, es weiß, aber die... Ja, okay. Ja, dann verbrennt sie. Lass sie looten und dann verbrennen. Danke. Die liegen doch irgendwo hier, ne? Hier hinten liegen die doch. Die liegen doch eigentlich direkt aufeinander. Das heißt, wir bräuchten so einen looten. Der eine liegt hier, der eine liegt hier. Und der andere liegt hier oben drauf. Ja. Hab ich Gaia? Dann looten. Ich hab Gaia mit. Ihr könnt looten. Ich hab... Oh, 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 oh. Da ist der dritte. Na, verbrenn gleich, bitte. Verbrenn gleich. Ich verbrenn. Geh weg, ich verbrenn. Ja, verbrenn. Ich mach. Sollen sie gleich verbrennen, wenn das der letzte Spieler ist. Kann aber... Ne, das müssen nicht die letzten Spieler. Die haben ja vorhin auch schon geschossen. Da hinten irgendwo. Wir können auch hier ein bisschen reingehen oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Das geht jetzt nix. Ja, lass mal irgendwie ein bisschen abrückzug hier, weil ich seh die nicht. Die sind irgendwo da im Wald verstreut. Das weiß, was hier kommt. Lass gucken, dass die hier verbrennen und gut ist. Ja. Hast du die im Blick? Ansonsten lauf ich mir ein bisschen rum. Hat die einer im Blick? Ich hab die nicht im Blick hier. Jetzt seh ich sie wieder. Ich auch, aber doch die brennt. Ich hab sie gut im Blick hier eigentlich, denke ich. Das war aber nicht der dritte, glaube ich. Ne, ne, das waren mehrere. Das waren mehrere. Das ist nämlich ein neues Team jetzt schon wieder. Aber ich sitze hier. Einer ist hier gestorben, die fighten mit irgendwen. Vielleicht war das ja der dritte Mann. Oder der dritte Mann räumt jetzt auf. Siehst du was raus? Ne, ne. Das weiß. Brennen noch beide. Ja. Irgendwo läuft einer durch Gebüsche oder so? Ja, ja. Da hab ich nicht, äh. Ja, läuft links runter. Ne. Die Rindung war einer. Doch, die kommen, die kommen. Jetzt muss ich aufpassen, weil ich hier bin. Ja, er macht so. Er spammt seinen Kreisknopf, Mann. Ich hab ihn. Headshot. Dahinter war noch einer. Hier vorne. Hier vorne. Hat jemand noch was zum Verbrennen? Ja. Vorne direkt. Markiert mal, wo der ist. Ich seh ihn nicht. Rechts im Gebüsch irgendwo. Er hat einen Spark jetzt. Sparks. Mal kurz heilen. Hier links irgendwo. Brother. Macht safe. Kann jemand verbrennen? Ne, ich nicht, ich nicht. Schatz hat ihn noch was. Hier vorne liegt er. Macht safe. Der liegt hier vorne. Alles gut. Ich muss erstmal gucken hier. Hier um die Ecke also. Verbrenn ihn und auch weg. Oder komm hier rum. Komm, er ist hier rumgelaufen und dann verbrenn ihn von hier aus im Gebüsch. Hier ist einer. Ah, er trifft mich. Ah, er ist schwarz, Mann. Lass aber zusammenbleiben, damit wir notfalls... Ja, da ist einer. Ja, ja. Alter, er ist bestimmt sein Maid wieder, wa? Ne, ich seh die zwei noch. Brinnt der Maid? Ne, der Schatz hat ihn noch nicht angepfackelt. Ne. Er liegt hier vorne an der Ecke, Hase. Hier vorne. Ja, Schatz. Darf ich erstmal hier gucken? Da sind nämlich zwei. Komm bitte hierhin, wo ich bin, hier. Ah, ich glaub, es ist falsch getroffen. Oh, ja. Ja, ist jetzt. Ja, er schießt auf mich. Das ist sicker. Danke, weil ich noch habe Stacheldraht. Kannst du auch drüber werfen. Ich bin, dass er bei dir hochklettert. Hochmarkier. Ja. Der ist jetzt voll mit Stacheldraht. Ich glaub, die rennen weg. Oder einer rennt ein bisschen weiter nach hinten. Da habt ihr ihn gesehen. Vorsichtig. Da hinten ist einer. Oh, Tür brennt. Ja, der Stacheldraht. Ja, der war aber nicht richtig drauf. Alles gut. Bevor sie den irgendwie komisch wiederholen. Brennt der jetzt? Lass einfach warten, bis der Typ ausbrennt. Was immer noch weiß. Ich geh mal kurz runter. Einmal nur das Versteck finden, falls wir steuern. Du bist eine, was? Eine Ersteckungsbombe. Ähm, Mail brennt jetzt nicht mehr, oder? Und du husterst, oder? Ja, ich muss wirklich husten sonst. Pass auf, ich werf da eine Fläche hin. Weckucken. Oh, ich hab's ja. Ich blöste noch einer. Ne, zwei. Es ist noch einer. Ich komme. Die sind noch zwei Stück, sind hier gewesen bei mir. Hab ich den nicht getroffen? Einen hab ich nicht verpasst, aber... Weiter hinten. Ich will nur mal kurz gucken, ob ich den hier habe, oder nicht. Wir schmeißen was. Ja, ich lock den Schwarm weg. Der geht eh nur auf mich. Ja, Brenner kommt. Jetzt kommen wieder die ganzen Viecher, Mann. Jetzt kommen wieder alle, pass auf. Ich hab einen getroffen. Mach safe, riskiert jetzt nichts. Ja, da ist einer. Da geht er grad runter. Wie viele Hits möchten die denn alle fressen hier? Wo ist er denn jetzt? Läuft hier bei mir lang irgendwo. Naja, ich mein den Weizen eigentlich. Einen hab ich getroffen hier. Der rinnt weg. Scheiße. Was die fressen, ey. Was die fressen, ey. Was die fressen, ey. Da hinten. Da hinten. Der rennt da rum, mir einer. Ich mach jetzt nochmal ein bisschen Stress. Ich hör Brenny nochmal. Ich hör mal. Ich hör mal. Ich hör mal. neben noch zwei oder sogar ein habe ich getötet der ist hinter rechts hat mich getroffen egal ja natürlich ich brauche hilfe ich habe nur einbalken ich heimlich schnell die sie bluten wo lag die wir hatten geier drin von euch ich habe ja ich habe ja auch geier drin schatz lute du zuerst noch so war nicht raus ein habe ich hier noch irgendwo getötet einer liegt hier ja und der andere ist verbrannt dann wollte ich nur noch mal auf nummer sicher gehen ich habe noch wieder eine splittergranate bekommen Nice, danke. Hier ist Heilung fast leider. Nee. Ne, Schatz, wenn es nicht geht mit deinen Kopfschmerzen, hör doch bitte auf. Jetzt kommt jetzt aber was. Ich hab ne Angst. Ich weiß. Dürfte alle gewesen sein, meiner Meinung nach. Ich stell mal hier ne Falle auf bei der Leiter. Ach ne, hab ich gar nicht mit. Scheiße. Tod ist noch weiß. Nice. Also heute kann ich mich nicht beklagen. Auch mit Chris vorhin schon. Schon drei Runden, zwei gewonnen. Hier liegt nochmal Heilung. Aber das wir jetzt gewinnen nicht daran, dass wir Glück haben, sondern weil wir krass sind, Mann. Ja, kann auch schon. Jetzt auf einmal. Ich bin krass. Ne, die beiden Typen die Panzer geschossen hat. Ego ist schon fast. Wie, wie, so läuft so. Ja, Mann, wie sie so um die Ecke vor euch krochen. Ich verstehe es nicht. Die zwei Typen am Anfang, Mann. Komm Harald, ich helfe dir. Die sind garantiert weitergerannt. Zwei saubere Headshots, Mann. Haben sie beide da, ihr Link. Ja. Sparks beste Waffe. Ich brauche ein Skin für die Waffe. Hier ist er, Mann. Okay, jetzt kann ich auflaufen. Mach das. Ich trink mal Wasser ein bisschen. Tee vielleicht. Tee irgendwie mit Honig oder so. Das ist aber ganz geil. Oder was auch gut, also was mir gut hilft, ist duschen und sich einfach mit heißem Wasser berieseln lassen. Also wirklich so 10, 20 Minuten sich einfach in die Dusche setzen oder in die Wanne und mit heißem Wasser berieseln lassen. Das ist auch richtig geil. Wenn ich Kopfschmerzen habe, spiele ich immer mit meiner Cobra. Das mache ich auch, wenn ich keine Kopfschmerzen habe. Hm? Das mache ich auch, wenn ich keine Kopfschmerzen habe. Achso. Die kleine Klapperschleine bei dir. Warmer klein, Digga. Oh, seitdem ich sieben war. Wie so ein Basilist aus Harry Potter, Mann. Ah, alles klar. Tatschdachlich und Panzerhaut, Mann. Taddy Hornhaut auf den Penis. Ab und zu beißt sie sich auch bei meiner Freundin in ihrer Vagina fest. Wer zum Tierarzt? Was haben Sie denn? Meine Klapperschlange. Bei mir hat die Kuba zugeschlägt. Hat sich ein Nest gebaut. Hat sich ein Nest gebaut. Wie sie da wohnen, Mann. Laufwand raus. Cyprusatz passt. Super. Volkswagen. Das. Auto. hier weiß wie er gespielt hat so und ich mache so und er schön so ja wie viel noch dass er hier so um die ecke sich denn wie ein war so oder hier gleich auf dem boden liegt man sich ein holzhaus baut ein baumhaus wie eine gruppe fehlt doch aber noch oder jetzt denkt man ja vielleicht haben die vorher gefeiert ja vorher schon schlüsse gehört kann sein wie gesagt sehen wir ja gleich was auch ich habe da vorne falle hingestellt und bei der treppe ok bist du anwesend hause guckst du guck mal ich gehe ja die gar ernsthaft ich laufe das feuer durch neben mir steht ein fass ja darum sagen wir der brennende ab und zu ja auch so wir sitzen dann gucken sie sitzen stück kreis mann tritt kreis immer drauf treten da ist mein hund digga hab's ja mal gemacht digga der hat eine shotgun meiner freundin ins nasenloch halten geht doch ach das ist wieder da auf dem wasser wo die zwei fickwungen glaube ich wo wir noch entkommen sind irgendwie wo wir wiedergebelebt haben können taki-fry checken mann freut sich die fertigen nuggets seinem käfig drin liegen die eigentlich auch eine gute runde mann mittlerweile speichern was fast jede runde willst du mich verarschen ich hab noch einen dicken Luft genommen hm 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 vielleicht haben wir noch einen Schrammöckchen was die denn oh shit 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 so meine freunde das war ein showdown richtig geiler part auf jeden fall wie ich fand die runde musste sich auf jeden fall zeigen sehr intensiv wie gesagt und äh ja mal ein spannendes ding die runde haben wir uns richtig verdient würde ich mal sagen leute ich bedanke mich fürs zuschauen ich hoffe euch hat es gefallen falls ja würde ich mich natürlich sehr über eine bewertung freuen falls ihr nichts mehr verpassen wollt würde ich mich genauso über ein abonnement freuen von euch und ähm ja dann sehen wir uns vielleicht bei nächsten handvideo oder bei irgendeinem anderen let's play leute macht's gut haut rein tschau euer Untertitelung des ZDF, 2020